Unsere Welt dreht sich immer schneller. Doch wer begleitet uns bei unserem Weg in ein glückliches und selbstbestimmtes Leben? Wer bereitet uns vor auf die Aufgaben der Zukunft? Wir wollen unser Potenzial voll ausschöpfen, Feedback erhalten und all unsere Stärken und Schwächen kennenlernen. Wir wollen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer an uns glauben und uns individuell fördern. Wir wollen ein starkes Miteinander, eine wertschätzende Atmosphäre und ein angenehmes Lernklima. Ich finde es schön an der Schule, dass die Schule so einen schönen großen Schuh ist. Ich finde die Schule cool, weil die Schule eine Schule ohne Rassismus mit Courage ist. Wir wollen uns in Harmonie und mit Melodie musikalisch begegnen. Ich finde die Schule cool, weil man hier sehr viel lernen kann und weil die Lehrer sehr nett sind. Mir gefällt die Schule, weil sie so viele kreative Möglichkeiten hat. GSG, also meine Schule, steht für mich, vor allem für Vielfalt und auch für verschiedene Möglichkeiten. Und Möglichkeiten, mit Schülern und Schülerinnen von anderen Ländern zu kooperieren. Möglichkeiten, seine Stärken bei Projekten oder auch Wettkämpfen zu zeigen und vor allem zu finden. Auch Möglichkeiten für Vielfalt und gegen Diskriminierung zu sprechen. Denn wir sind doch Schule ohne Rassismus. Und vor allem die Möglichkeit, Leute unterschiedlichster Art kennenzulernen und doch am Ende etwas zu bilden, was sich Gemeinschaft nennen kann. Wir wollen miteinander spielen, etwas wagen und neue Sportarten ausprobieren. Musik Wir wollen tanzen, performen, choreografieren und künstlerisch-ästhetische Botschaften entwickeln. Wir wollen uns einmischen und ein starkes Zeichen gegen Rassismus senden. Dass Masken absolut unnötig sind und wie viele Worte die... Wenn man sich mal anschaut, was die Masken frei demonstrieren, wir dürfen nicht frei unsere Meinung äußern. Die Regierung und Hengst. Alleine, was für Parteien da an den Demos-Zeiten... Die Masken gegnern. Da muss man sich zum Beispiel... Wir wollen Methoden und Techniken erlernen, die auch zukünftig relevant sind. Wir wollen digital am Schulleben teilnehmen und modern lernen. Hier können wir uns entfalten und gemäß unseren Interessen entwickeln. Hier lernen wir, Neues auszuprobieren und manchmal auch uns neu zu justieren. Hier lernen wir zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und gemeinsam Schule zu gestalten. Gustav Stresemann Gymnasium. Unsere Welt dreht sich immer schneller. Ja, die limpaut haben. Mittal ist so wichtig.